So jetzt haben wir was ganz verrücktes vor Lidi Mavic Air Pingpong Football Genau, Ping-Pong-Football. Wir verlinken jetzt mit der DJI Mavic Air und einem Tischtennis bei, das Tor zu treffen. Ganz witzige Aktion, also wir nutzen den Wind dazu aus, um den Ball voran zu treiben und in das Tor zu schießen. Vielleicht gibt es ja mal eine Sportart, Drone Ping-Pong Ball oder sowas ähnliches. Also wenn ihr das Video sieht, ich bin der Erfinder vom Drone Ping-Pong. Wie man schön sieht, ist der Ball hier vorne, weil der Ball muss erstmal rollen. Wenn der richtig rollt, haben wir gewonnen. Leute, Drone Ping-Pong-Football weiter. Drone Ping-Pong-Football-Podball-Rosнуюflug. Drone Ping-Pong Erfinder Christian Sasse. Der Sasse. Schaut es euch an. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil der Ball kann von der Bahn abkommen. Dann muss man den Ball in die richtige Richtung bringen. Der Ball ist jetzt hier, der Akku ist niedrig, wir wollen noch ein Tor schießen. Untertitelung des ZDF, 2020